Ja, es gibt eigentlich für ein Kind kaum etwas Schlimmeres, als wenn sein Vater es ignoriert und nicht mit ihm redet. Wenn man sich das mal so richtig vorstellen würde, ein Kind zu sein, Vater, vielleicht auch Vater und Mutter, würden nicht mit einem reden. Gar nicht. Wie furchtbar. Ja, kaum etwas, was schlimmer ist. Vielleicht schlimmer noch als Gewalttätigkeit. Aber wir haben so einen wunderbaren Vater, einen guten Vater, der zu uns spricht. Der, ja, wie ein Vater seine Kinder sich erbarmt. So erbarmt sich Gott über uns. Auch darin, dass er mit uns redet. Dass er uns ermutigt. Dass er uns gut zuspricht. Dass er gute Worte für uns hat. Für unsere Seele. Jesus hat das mal so gesagt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes hervorgeht. Das ist Nahrung für unsere Seele, Stärkung für unsere Seele. Und unser Vater gibt sie uns reichlich. Er gibt uns Worte. Worte des Lebens. So wie wir es heute am Anfang gehört haben, wie Dirk es vorgelesen hat aus dem Propheten Jesaja. Also unser Vater gibt uns Worte des Lebens. Aber so wie es für ein Kind ganz furchtbar ist, wenn seine Eltern nicht mit ihm reden, so ist es für einen Vater etwas ganz Schlimmes, etwas ganz Furchtbares. Wenn er ein Kind hat, was nicht zuhört. Der Vater möchte so gerne zu dem Kind sprechen. Er hat genau das richtige Wort. Ein Wort der Weisheit. Ein Wort der Ermutigung. Ein Wort der Stärkung. Ein Wort der Orientierung. Zurechtweisung. Ein Wort der Warnung. Gott sehnt sich danach, dass er uns als Vater dienen kann, wie Jesus, der Herr, der König, gekommen ist, um sich niederzuknien vor seinen Jüngern und ihnen die Füße zu waschen. So möchte unser Vater uns dienen, uns gute Speise für unsere Seele geben, aber wir machen die Ohren zu und hören nichts, wollen nicht hören. Das tut ihm weh. Also lasst uns das Wort annehmen, was Gott uns heute Morgen gesagt hat. Hört und ihr werdet leben. Macht die Ohren auf. Neige deine Ohren zu der Stimme Gottes, zu den Worten Gottes. Und Gott hat gesagt in seinem Wort, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Rechtweisung, zur Stärkung der Kinder Gottes. Dass sie wandeln in der Gerechtigkeit. Und das ist ganz speziell das Buch der Sprüche. Es sind die Worte des Vaters an seine Kinder, mit denen er uns Weisheit vermitteln will. Und deswegen lasst euch nicht verführen, nur weil wir schon lange die Sprüche lesen, zu sagen, ne, schon wieder Sprüche. Wisst ihr, das ist eine Perlenkette. Gerade dieser lange Mittelteil, wo eigentlich jeder Vers noch mal wieder was ganz anderes zu sagen hat, das sind wie Perlen, bunte Perlen, die sich abwechseln. Und manchmal hast du wieder eine neue Perle in der Hand, die sieht so aus wie die vor zehn Perlen, so ähnlich. Und das macht ja auch das Muster aus. Und dann kommt aber wieder eine neue Perle und sie hat vielleicht noch mal einen ganz eigenen Glanz. Eine ganz eigene Färbung. Und es sind Worte unseres Gottes, die uns speisen, uns stärken. Und ich will euch einfach darin ermutigen, dass wir weiter dranbleiben und hören auf die Stimme unseres Herrn die Worte, die Brot für unsere Seele sind. So lasst uns aufschlagen, das Buch der Sprüche, Kapitel 22, in Vers 2 steigen wir ein. Reiche und Arme begegnen sich. Der sie alle gemacht hat, ist der Herr. Ich will eigentlich, bevor ich auf diesen Vers eingehe, springen zu Vers 7, weil es da auch um Reiche und Arme geht. Der Reiche herrscht über die Armen und Sklave ist der Schuldner seinem Gläubiger. Dieser Vers 7 ist so ein typischer Vers, wie wir ihn ab und zu in den Sprüchen finden, der uns etwas aussagt über die Welt, so wie sie ist in ihrem gefallenen, sündigen Zustand. Der Reiche herrscht über die Armen. So ist es in der von Gott abgefallenen Welt. Im Deutschen sagst du, Geld regiert die Welt. Wenn du Geld hast, dann hast du auch Macht. Geld regiert die Welt. In allen Lebensbereichen. Mit Geld kannst du dir eine Menge kaufen. Da kannst du dir die Macht kaufen. Da kannst du dir stärker Einfluss kaufen. Diejenigen, die Geld haben, die haben die Fähigkeit und die Möglichkeit und Zugang zu Bildung. Sie haben die Möglichkeit zu allen möglichen Lebensressourcen. Und ja, wenn du Geld hast, dann kannst du auch Geld verleihen und Menschen in Abhängigkeit bringen. So funktioniert das. Ein Mensch leiht sich von einem anderen Geld und schon ist ein Abhängigkeitsverhältnis entstanden. Und hier wird uns gesagt, und es ist auch so, es ist Sklaverei, es ist Knechtschaft. Der eine leiht dem anderen und er hat ihn in seiner Hand, er hat ihn in seiner Gewalt. Und vielfach geht es Menschen so, die sich so verschulden. Und so ist es in dieser Welt. Viele Menschen verschulden sich und begeben sich in Abhängigkeiten und sind geraten in Sklaverei. Wisst ihr, das ist so wunderbar, dass unser Gott ein Mittel dagegen hat. Er sieht uns Menschen, wie wir uns verschulden und wie wir dadurch in Knechtschaft geraten. und gegen dieses ganz materielle, sich verschulden und in Abhängigkeit geraten, hat Gott ein Heilmittel für sein Volk gegeben. In seinem Gesetz hat er das Sabbatjahr gegeben. Eine wunderbare Einrichtung. Wenn ein Mensch in Not geraten ist und sich Schulden machen musste, sich verschulden musste, sich Geld geliehen hat und dann womöglich tatsächlich in Schuldknechtschaft gekommen ist, weil er das Geld nicht zurückzahlen konnte, musste er sich selbst verkaufen und seine Arbeitskraft und hat dann seine Schuld abgearbeitet. Das Wunderbare im Gesetz Gottes war, dass Gott gesagt hat, das soll nicht für immer stattfinden, sondern es soll einen Tag geben, wo die Menschen frei werden, die in Knechtschaft sind, die, die in Schulden sind. Sie sollen frei sein von ihren Schulden. Die Schulden sollen getilgt sein. Im siebten Jahr, im Sabbatjahr, und es bezieht sich natürlich auf den Sabbat, den Gott am Anfang gehalten hat, in der Schöpfung, den er dann auch seinem Volk Israel schon in der Wüstenwanderung nahegebracht hat. Ein Tag sollst du frei haben, sollst du ruhen, so wie ich geruht habe. Das hatten wir jetzt vor anderthalb Wochen, als wir mittwochs das Sabbatgebot uns angeguckt haben. War für mich irgendwie nochmal so ein Aha irgendwie. Dieser Gedanke, Gott hat sechs Tage die Welt geschaffen, aber vollendet war die Schöpfung erst mit dem siebten Tag, mit dem Tag der Ruhe. Wisst ihr, Gott ist nicht so, dass er arbeitet und dann der Höhepunkt besteht dann darin, dass das Werk vollendet ist. Am Ende des sechsten Tages, er schaut sich sein ganzes Werk an und sagt, das ist sehr gut. Aber der Höhepunkt, das Ziel der ganzen Schöpfung ist, der Sabbat. dieses wunderbare Werk zusammen mit seiner Schöpfung zu genießen. Wisst ihr, Gott ist nicht so ein Workaholic, der am siebten Tag da gesessen hat und gedacht, so, was mache ich jetzt? Nein, er hat sich gefreut. Ich habe diesen siebten Tag erreicht. Ich habe das Werk vollendet und jetzt genieße ich das mit meinen Kindern zusammen. die Freude, den Frieden, die Freiheit, die Liebe, die Schönheit. Gottes Ziel ist dieses, dieser Zustand. Und er hat seinem Volk, wie gesagt, dieses wunderbare, dieses wunderbare Geschenk des Sabbats gegeben und als die Israeliten dann durch die Gegend gezogen sind, als sie in das neue Land eingezogen sind, hat Gott beim Sabbatgebot, die Gebote, die zehn Worte sind absolut gleich in 2. Mose 20 und 5. Mose Kapitel 5. Da wiederholt er nochmal diese zehn Worte, diese zehn Gebote, aber es gibt einen ganz wesentlichen Unterschied. Das Sabbatgebot wird ganz anders begründet. Gott sagt nicht, so wie ich es am Anfang in der Schöpfung gemacht habe, sollt ihr ruhen am siebten Tag, sondern er sagt, du sollst ruhen und dein Knecht und deine Magd und deine ganze Familie, sogar dein Vieh, weil du ja auch Sklave gewesen bist in Ägypten und ich dich freigemacht habe, so sollst du auch deinen Sklaven freilassen am siebten Tag. So hatten die Diener, die Knechte, sie hatten an einem Tag in der Woche frei. Sie waren frei. Und das ist der Vorgeschmack auf das, was Jesus uns gebracht hat, denn er ist der Sabbat. Er ist das Ziel. Er ist die Erlösung. Er ist die Befreiung aus aller Schuld, aus aller Schuld Knechtschaft. Denn wir sind versklavt. Dadurch, dass wir Sünder sind, sind wir versklavt unter die Herrschaft der Sünde. Und es zeigt sich in unserem Leben, wir sind, mit Mühsal ernähren wir uns, müssen wir hart arbeiten, um unser Brot zu verdienen. Wir knechten uns selbst und werden geknechtet. Aber noch mehr, die Sünde herrscht in unserem Leben. Da ist Jesus gekommen. Das Eigentliche des Sabbats, der Sabbat, er selbst ist die Erfüllung des Sabbats, auch des Sabbatjahres, um die Knechte frei zu machen aus der Schuld Knechtschaft. Dass nicht mehr der Reiche herrscht über den Armen, sondern dass Gott herrscht über den Armen. Und Gott ist kein Sklaventreiber, sondern er ist der Befreier der Sklaven. Er ist der Befreier der Armen, derer, die in Schuld überschuldet sind, die nicht mehr ein noch auswissen wegen ihrer Schuld. Und ich meine das jetzt hier nicht nur materiell, sondern es geht ja auch um unsere Seele, die Verschuldung, die Sünde unseres Lebens. Gott macht uns frei. Und das zeigt sich dann im Vers 2. Reiche und Arme begegnen sich. Der sie alle gemacht hat, ist der Herr. Dieser Vers zeigt uns erstmal, es gibt unterschiedliche Menschen. Es gibt Arme, es gibt Reiche. Gott hat beide gemacht. Es gibt diese Unterschiede. Wir sind unterschiedlich, aber was der Vers eigentlich betont, ist die Gleichheit von uns Menschen. Egal, ob du reich bist, ob du arm bist, hier steht, sie alle hat der Herr gemacht. Und sie begegnen sich. Hier ist nicht von Herrschaft die Rede, sondern von Begegnung. Da kommen wir dann gleich noch zu. Aber diese Betonung, er hat sie alle gemacht, das betont die Gleichheit. Und ich will einmal das so ein bisschen ausleuchten, was das bedeutet. die Bibel lehrt uns und zeigt uns, dass wir gleich sind, wenn es um unsere Geburt geht. Paulus sagt, wir kommen nackt zur Welt, alle miteinander. Alle kommen wir nackt zur Welt. Ein reiches Baby, ein armes Baby. Dann fängt natürlich schon der Unterschied an. Wie es einem Reichen, ein Baby von einer reichen Familie geht oder von einer armen Familie. Schon in der Geburt. Aber als Baby, als Mensch komme ich nackt in diese Welt. Ich bringe da nichts mit hinein. Ich habe nichts. Das, was ich dann habe, wird mir verliehen, wird mir geschenkt. Paulus sagt, nackt sind wir in diese Welt gekommen, nackt gehen wir auch wieder hinaus. Auch in unserem Tod sind wir uns gleich. Der Arme stirbt, der Reiche stirbt. Im letzten Atemzug kann uns keiner helfen. So sehr wir uns das auch wünschen, einem Sterbenden beizustehen, aber den letzten Atemzug, den Weg durch diese Tür in den Tod hinein, den machen wir alleine. Da sind wir alleine. Da sind wir auch nackt. Wir können nichts mitnehmen in den Tod hinein. Wir sind uns gleich darin, jeder Mensch, ob arm, ob reich, darin, dass der Herr uns gemacht hat. Und das bedeutet, dass wir potenziell Gottes Ebenbild sind. So wie Adam und Eva am Anfang geschaffen wurden, als das Ebenbild Gottes, so sind wir alle Kinder Adams und Evas vom Herrn gemacht. Das heißt, Gott hat jeden einzelnen Menschen, ob arm, ob reich, gemacht, gewollt. Gott wollte, dass du lebst, dass ich lebe, dass jeder einzelne Mensch auf dieser Erde das erlebt. Gott wollte das. Gott hat jeden Einzelnen gemacht, und zwar zu einem bestimmten Ziel, zu einem bestimmten Zweck, nämlich sein Ebenbild zu sein, sein Kind zu sein. Das ist das Ziel Gottes für einen jeden Menschen. Egal, ob arm, ob reich, und das zeigt uns, jeder einzelne Mensch ist für Gott wertvoll, ist für Gott wichtig. Wir sind uns aber auch alle gleich darin, dass wir gefallene Sünder sind. Ob jemand arm ist, ob jemand reich ist, es macht keinen Unterschied. Wenn du hineinschaust in das Leben mit Gottes Augen, wie wir es gesehen haben, beim Auferstand in Christus, mit den Feuerflammen Augen, wenn wir durchschauen eines jeden Menschen Herz, dann werden wir Verunreinigung und Sünde finden. Es gibt niemand, sagt das Wort Gottes. Gott selbst sagt es, es gibt niemand, der davon ausgenommen ist. Wir sind alle vor Gott gleich. Niemand kann sich über den anderen erheben. Da spielt Reichtum keine Rolle. Ob du reich bist, ob du arm bist, du erreichst nicht das Ziel Gottes, du spiegelst nicht seine Herrlichkeit wie er. Da ist Sünde in deinem Leben, da ist Verunreinigung in deinem Leben. Du bist abgefallen von dem lebendigen Gott. Wir sind alle gefallene Sünder und wir gehen alle dem Tod entgegen. Und das gehört auch zusammen. Paulus sagt uns, der Tod ist die Folge der Sünde. Am Anfang sagt Gottes, wenn du sündigen wirst, dann wirst du sterben. Der Tod ist die Folge der Sünde. Wer ist hier und kann mit Bestimmtheit sagen, ich werde nicht sterben? An mir geht der Tod vorbei, weil ich habe nicht gesündigt. Niemand kann sich ausnehmen. Dass wir alle Sünder sind, zeigt sich daran, dass wir alle vergänglich sind. das ist der Beweis. Denn wenn irgendjemand nicht unter uns gesündigt hätte, dann hätte er den Tod nicht verdient. Und Gott würde uns nicht verurteilen. Weil wir sind alle verurteilt. Wir haben alle das Todesurteil schon empfangen, in dem Moment, wo wir ins Leben getreten sind. Wir sind alle Sünder und werden alle sterben. Und das bedeutet, dass wir alle auch ins Gericht kommen und kein materieller Reichtum wird uns jemals irgendwie helfen im Gericht Gottes. Wenn wir vor Gott unseren Richter stehen, wird uns kein Geld der Welt retten. deswegen ist es so fatal, dass es so viele Menschen gibt, die ihr ganzes Leben damit verbringen, möglichst viel Geld anzuhäufen. Weil es hilft ihnen nichts. Es vergebene Lebensmühe. Du hast dein ganzes Leben damit verbracht, irgendwie Reichtümer anzusammeln und dann gehst du aus dieser Welt hinaus und die Bibel sagt uns ganz klar im Hebräer Brief, es ist dem Menschen gesetzt, festgesetzt, dass er einmal stirbt und dann kommt das Gericht. Das Urteil Gottes nimmt keine Rücksicht auf deinen Wohlstand. Schaut nicht darauf, wie viel Geld du hast. Man kann sich beim Richter, bei Gott dem Richter nicht freikaufen. Das geht nicht. Und noch eine Sache. Der Arme und der Reiche, Gott hat sie gemacht. Ja, wir haben letzte Woche gehört, in Christus Jesus sind wir neu geschaffen. Er hat uns, die wir tot waren in unseren Sünden lebendig gemacht mit Christus. Im Glauben an Christus werden wir gerecht gesprochen, egal, ob du reich bist oder arm bist. In dem Moment, wo du erkennst und anerkennst und bekennst, ich bin ein Sünder, in dem Moment, wo du das Sündopfer, was Gott gebracht hat, sein Sohn Jesus Christus gekreuzigt für unsere Sünden, wenn du das annimmst, bist du gerecht gesprochen, gerecht gemacht, geheiligt. Und so begegnen sich Reiche und Arme unterm Kreuz. Sie stehen gemeinsam unterm Kreuz als Brüder und Schwestern. Da gibt es nicht mehr in Christus den Reichen und den Armen. Das zählt nicht mehr. In Gottes Reich spielt das keine Rolle. Und deswegen soll es auch in der Gemeinde keine Rolle spielen. Aber es ist oft zu schwer, weil wir sind Fleisch. Das Äußere spielt ja doch so eine wichtige Rolle. Es soll aber nicht so sein, Geschwister. Hier sitzen Menschen, die sehr reich sind und andere, die sehr arm sind. Wir sind Brüder und Schwestern und gehören zusammen und sollen einander begegnen. Und unter dem Kreuz können wir das. Unter dem Kreuz weichen diese weltlichen Maßstäbe. Unter dem Kreuz kommen wir unter die Herrschaft Gottes. Raus aus der Herrschaft der Reichen, der gewalttätigen Herrschaft der Reichen über die Armen. Nein, wir kommen gemeinsam unter die Herrschaft Gottes. Reiche und Arme begegnen sich, der sie alle gemacht hat, ist der Herr. Die praktische Anwendung dazu finden wir in Jakobus 2. Lass uns das mal aufschlagen. Jakobus 2. 1. Meine Geschwister, habt den Glauben an Jesus Christus und Herrn der Herrlichkeit ohne Ansehen der Person. Gottes ist immer wichtig. Ja, der Glaube an Gott ist das wichtigste, das erste Gebot. Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Aber was ist das zweite Gebot, was genauso wichtig ist, was zum wichtigsten Gebot dazugehört, sagt Jesus, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und so sagt Jakobus hier auch, wunderbar, du liebst Gott, du ehrst und verehrst Gott, du glaubst und vertraust deinem König und Herrn Jesus, den Herrn der Herrlichkeit, dann bitte ohne Ansehen der Person. Das heißt, mit deinen Geschwistern sollst du nicht so umgehen wie in der Welt, dass du nach äußeren Maßstäben beurteilst. Ja, der sieht gut aus, der sieht schlecht aus, der hat viel Geld, der hat wenig Geld. Jakobus wird noch praktischer und macht es noch deutlicher, was er meint hier in Vers 2. Denn wenn in eurer Synagoge an dem Ort, wo ihr euch zusammentrefft, wo ihr zusammenkommt, alle die ihr zu Jesus, dem König Jesus gehört, wenn da ein Mann kommt mit goldenem Ring, in prächtigem Gewand, es kommt aber auch ein Armer in unsauberem Gewand herein. Ihr seht aber auf den, der das prächtige Gewand trägt und spricht, setze du dich bequem hierher und sprecht zu dem Armen, stehe du dort oder setze dich unten an meinen Fußschemel. Habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Gott macht keinen Unterschied. Er macht keinen Unterschied zwischen dem Reichen und den Armen. Er liebt beide. Er hat sie beide geschaffen zur Gemeinschaft mit ihm. Sie sind beide durch die Sünde getrennt von Gott. Er hat für beide das Kostbarste gegeben, was er hatte, seinen Sohn Jesus Christus. Darum soll ihnen beiden die gleiche Ehre widerfahren. Aber wir machen einen Unterschied. Der Reiche wird mit Ehre behandelt, der Arme mit Herablassung. Vers 5 Hört meine geliebten Geschwister, hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Denn es sind die Reichen, die es schwer haben, in das Himmelreich zu kommen. Warum haben sie es schwer? Weil sie alles haben, weil sie nichts brauchen. Sie brauchen Gott nicht. Die, die reich sind, die alles haben, die alles können, die haben es schwer zu erkennen, dass sie arm, blind und bloß sind. Die, die arm, blind und bloß sind, die merken es meistens relativ schnell, dass sie arm, blind und bloß sind. Die können sich natürlich auch täuschen und sich was einbilden. Aber Jakobus sagt, Gott hat die Armen auserwählt, dass sie reich im Glauben sind. Und hier zeigt er uns einen ganz anderen Reichtum auf. Er zeigt uns auf, Gott macht reich und Gott macht arm. So sagt es Hannah in ihrem Lobpreis in 1. Samuel 2. Gott macht arm, Gott macht reich. Diejenigen, die reich sind, die stolz sind, die hochmütig sind, denen steht Gott entgegen. Ja, er demütigt sie, er erniedrigt sie. Die aber, die demütig sind, die arm sind, die nichts haben, er macht sie reich. und das heißt nicht, dass er hier einen Jackpot ausschüttet, ausschüttet, irgendwie, ne, für alle Armen, die zu Jesus kommen, gibt es erstmal ordentlich Kohle, irgendwie. Nein, nicht unbedingt. Es geht eher darum, dass Gott uns reich macht, was wirklicher Reichtum ist, Schätze im Himmel, reich im Glauben, gerade in dieser Zeit, was bringt denn der ganze Reichtum, wenn du keinen Glauben hast, wenn alles so sinnlos wird in dieser Zeit, wenn du keine Hoffnung hast, wenn deine einzige Hoffnung die Hoffnung darauf ist, dass es mit dem Impfstoff alles besser wird. Was ist das für ein Reichtum? Reich an Hoffnung in Jesus Christus, reich in der Hoffnung und Gewissheit auf die zukünftige Welt Gottes, auf die Gerechtigkeit Gottes, reich an Liebe auch. Gott macht uns reich und da sind wir alle arm, ob wir nun materiell arm oder reich sind, wir sind da alle arm und brauchen es, dass Gott uns reich macht. Vers 6 Ihr aber und hier schimpft Jakobus Ihr aber habt den Armen verachtet unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen nicht sie euch vor die Gerichte jetzt macht das euch doch mal klar warum ehrt und respektiert ihr Menschen aufgrund ihres Reichtums Reichtums obwohl diese Maßstäbe gerade dazu führen dass es so ungerecht in dieser Welt zugeht und ihr selber leidet unter dieser Ungerechtigkeit Menschen bilden sich was ein aufgrund ihres Reichtums und unterdrücken andere und ihr ehrt sie auch noch dafür Vers 7 lässt dann nicht sie den guten Namen der über euch angerufen ist wenn ihr wirklich das königliche Gesetz du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst nach der Schrift erfüllt so tut ihr recht mein Nächster ist nicht der der mir gefühlsmäßig am Nächsten ist sondern der Nächste ist der der neben mir sitzt in der Gemeinde der Arme und der Reiche sie begegnen einander unterm Kreuz der der mit mir unterm Kreuz steht das ist mein Nächster aber auch dem dem ich draußen begegne der der neben mir in der Straßenbahn sitzt oder mir gegenüber der vielleicht komisch aussieht der vielleicht übel stinkt das ist mein Nächster nicht der den ich gerne um mich habe mit dem ich mich seelenverwandt fühle und das ist das wunderbare in der Gemeinde wenn Gott uns ruft aus Armut aus Reichtum heraus in seine Herrschaft in sein Reich dann begegnen wir einander Arme und Reiche und kommen zusammen in einer Gemeinde aber Geschwister die große Gefahr besteht dass wir die Maßstäbe Gottes außer Acht lassen und uns doch von unserem Fleisch leiten lassen unseren menschlichen weltlichen Maßstäben und das geschieht manchmal überhaupt nicht bewusst sondern völlig unterbewusst wir gesellen uns doch zu denen die den gleichen Sozialstandard haben wie wir wir hängen eben als Akademiker und gut verdienende Bürgerliche eben nicht mit den mit den Sozialhilfe Empfängern ab und die Sozialhilfe Empfänger hängen eben nicht ab mit denen die ihr eigenes Haus und ihr eigenes Auto haben und so weiter warum nicht was hindert uns daran nur die weltlichen Maßstäbe nur das Fleisch in Christus begegnen wir einander in Christus gehören wir zusammen sind wir Bruder und Schwester und das müssen wir überwinden in Christus müssen wir diese Barrieren überwinden wir haben oft darüber gesprochen es gibt so einige Barrieren Altersbarrieren Kulturbarrieren Nationalitäten es gibt auch diese sozialen Barrieren in Christus sind sie niedergerissen wir sind eins Gott möchte dass jeder dass jeder wir sind so unterschiedlich dass wir aber ein Leib bilden und dass jedes Glied mit dem was es empfangen hat an Reichtum den anderen dient und so sollen und müssen materiell Reiche in dieser Gemeinde ein Segen sein für die die materiell arm sind aber die die materiell arm sind sind auch reich sind auch gesegnet haben etwas vom Herrn empfangen was sie weitergeben können an die materiell Reichen die aber vielleicht in vielerlei anderer Hinsicht total arm sind und so hat Gott das Wohl gefallen einen sehr bunten Leib zusammen zu stellen damit einer dem anderen in der Liebe dient und von dem gibt was er empfangen hat so hat es Paulus auch gesehen er hat gesagt er ist durch die Gemeinden gezogen hat gesagt ey ihr seid reich gesegnet also lasst uns doch mal eine Sammlung machen für die Armen in Jerusalem die haben uns von ihrem geistlichen Reichtum abgegeben jetzt geben wir ihnen von unserem materiellen Reichtum was ab und dadurch verbindet Gott uns und fügt uns zusammen als ein Leib es war ein ganz wichtiges Anliegen so diese Verbundenheit zu stärken durch dieses Miteinander teilen also wenn ihr wirklich das königliche Gesetz du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst nach der Schrift erfüllt so tut ihr recht wie gesagt deutet das Gebot nicht so dass es für dein Fleisch angenehm ist sondern nimm es ernst und sage dir das ist mein Nächster schau dich um begegnet deinem Nächsten suche deinen Nächsten die Menschen die hier in der Gemeinde sind die du noch nicht kennst die wenn du sie anschaust im ersten Moment denken würdest nee mit dem will ich nicht befreundet sein in der Liebe das zu überwinden so wichtig denn hier sagt Jakobus wenn ihr aber die Person anseht so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt das sind alte sündige Maßstäbe die wir anlegen indem wir das äußere betrachten und nach dem äußeren richten und Menschen verachten wegen weltlicher Maßstäbe das sollen wir nicht tun wir gehen zurück zu Sprüche 22 Vers 3 der kluge sieht das Unglück und verbirgt sich die einfältigen aber gehen weiter und müssen es büßen das ist eigentlich ein ganz sinniger Vers aber einen Augenblick darin zu verweilen diese Perle mal anzuschauen es ist doch klar wenn hier ein Abgrund ist und ich fahre mit meinem Auto die Straße lang und die Straße führt aber direkt auf diesen Abgrund zu und wenn ich da immer weiter fahre stört sich ab wenn ich irgendwie nicht sehen kann wie geht es da eigentlich weiter muss ich da vielleicht ein bisschen langsamer fahren muss ich vielleicht abbremsen oder ich schaue in den blauen Himmel und denke die Anhöhe hoch mal sehen was dahinter ist ich werde fliegen ja du wirst fliegen und in den Abgrund fallen es geht hier um Vorsicht einfach ganz schlicht und einfach sei vorsichtig der kluge ist vorsichtig er sieht die Gefahr schon im Voraus und richtet sich darauf ein der unvernünftige aber hier steht der einfältige man kann auch sagen der unerfahrene oder unverständige der geht weiter und er muss es büßen das kann wir auf unsere Pandemie aus legen ja vorsichtig zu sein ist eine gute Sache nicht einfach drauf los stratzen und denken ja kriegen wir schon alles hin jetzt ist natürlich die Geschichte wir wir ringen ja tierisch da drum gerade um ja wo ist denn jetzt die Grenze von der Vorsicht zur Angst Gott will nicht dass wir von Angst bestimmt werden wir haben nicht einen Geist der Furchtsamkeit empfangen aber das heißt nicht alle Vorsicht fahren zu lassen ein Leben im Glauben heißt nicht unvorsichtig sein das Leben im Glauben kann nämlich kippen zu einem Leben in der Herausforderung und Versuchung Gottes so geht es um dieses Mittelmaß und das kann uns niemand abnehmen wir müssen uns von Gott Weisheit schenken lassen wo ist dieser Mittelweg Gott muss unsere Herzen prüfen und er muss uns reinigen von jeder Angst von jeder Furcht denn wir sind gewiss in Gottes Hand das ist der Glaube und wisst ihr das ist auch der Punkt wo wir uns bergen können wir sind klug wenn wir uns verbergen wenn das Unglück da ist wo denn unter Gottes Hand berge dich bei mir und David hat das immer wieder in dem Psalm gesagt ich berge mich in dem Herrn ich berge mich bei dem Herrn vor dem Unglück vor all dem was 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 mich überkommen will was mich überwältigen will ich berge mich beim Herrn der kluge birgt sich bei Gott und es gilt vor allen noch für einen ganz viel wichtigeren Punkt es gibt nicht nur die zeitlichen Unglücke es gibt nicht nur die Pandemie es gibt noch ein viel größeres Unglück und davon habe ich schon gesprochen das ist das Gericht Gottes über uns sündige Menschen und das ist auf der einen Seite für uns persönlich wie das Wort sagt nach dem Tod kommt das Gericht das heißt ich habe einen Abgrund auf den ich zu rase in meinem Leben und ich muss klug sein mich vorzubereiten dass ich dass das Unglück nicht mich trifft dass ich nicht ins Gericht komme wie komme ich denn nicht ins Gericht Gottes Wort sagt wenn du an Jesus Christus glaubst wirst du nicht ins Gericht kommen Gott wird dich nicht richten denn du bist sein geliebtes Kind wenn du an Jesus Christus glaubst wenn du glaubst dass er für deine für deine Sünden gestorben ist und auferstanden ist dann wirst du nicht ins Gericht kommen wie wunderbar ist das denn es gibt eine Rettung eine einen Schutz vor dem Gericht was kommen wird über mich ich kann mich da bergen ich kann es aber auch sein lassen ich kann auch ein einfältiger sein ein Unverständiger der sagt ach was das gibt's gar nicht Gericht gibt es gar nicht ich denke nicht weiter drüber nach der Tod naja der kommt noch lange nicht das Wort Gottes sagt in Psalm 90 betet Mose Herr lehre uns bedenken dass wir sterben müssen auf das wir klug werden nö ich beschäftige mich nicht der Tod kommt noch früh genug da beschäftige ich mich nicht mit und plötzlich kommt er der Tag des Todes du hast es nicht geplant er kommt über dich und dann kommt das Gericht und du bist nicht vorbereitet du bereitest dich vor darauf du 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 setzt alles daran du 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 trägst Maske du hältst dich zurück du gehst nicht raus du triffst dich nicht mit Leuten du hängst dich dahinter dass du endlich die Impfung kriegst aber du bereitest dich nicht auf das Gericht Gottes vor das ist doch völlig widersinnig kann doch nicht wahr sein die Pandemie geht vorbei und selbst wenn ich krank werde wenn ich sterbe dann ist mit dem Tod die Krankheit vorbei aber was danach kommt das ist dann nicht vorbei und da ist es gut wenn ich mich geborgen habe bei meinem Gott 1. Thessalonicher 5 Lass Lass uns das kurz aufschlagen spricht Paulus davon was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft Geschwister so habt ihr nicht nötig dass euch geschrieben wird denn ihr selbst wisst genau dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht Paulus spricht hier nicht über unseren persönlichen Tag des Herrn das Gericht kommt ganz individuell in unser Leben in dem Moment wo wir sterben aber es kommt auch als Gesamtgericht über diese Erde am Tag des Herrn wenn der Zorn Gottes über diese Erde kommt und da sagt Paulus der kommt wie ein Dieb in der Nacht das hat Jesus schon gesagt und der Dieb der hat nicht ein Einschreiben geschrieben okay sehr geehrte Frau oder Herr so und so in fünf Tagen in der Nacht von Freitag auf Samstag um drei Uhr fünfunddreißig werde ich durch die Kellertür irgendwie einbrechen bei ihm das macht ein Dieb nicht er kommt in einem Moment wo du damit nicht rechnest damit er unbemerkt bleibt und stehlen kann und so sagt Paulus auch der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht Jesus hat selbst gesagt ich weiß nicht wann der Tag ist allein der Vater weiß es er hat es festgesetzt wenn sie sagen Friede und Sicherheit dann kommt ein plötzliches Verderben über sie wie die Geburtswehen über die Schwangere und sie werden nicht entfliehen die Menschen wiegen sich in eine falsche Sicherheit sie sagen das kommt nicht das gibt's gar nicht oder das kommt noch lange nicht aber es kommt plötzlich von einem Moment auf den anderen und dann kannst du nicht mehr bremsen da ist dann plötzlich der Abgrund da und du kannst nicht mehr bremsen wenn du nicht vorher dich vorbereitet hast ihr aber Brüder seid nicht in der Finsternis dass euch der Tag wie ein Dieb ergreift denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis Gottes Licht er hat Licht gemacht wir sehen die Dinge wir laufen nicht ins Dunkel hinein wir fahren nicht ins Dunkel hinein wir sehen die Dinge Gott zeigt sie uns wir müssen sie nur wahrnehmen wir müssen das Wort unseres Gottes hören und uns warnen lassen so sagt Paulus hier also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen sondern wachen und nüchtern sein lasst uns auf das Wort Gottes hören lasst uns damit beschäftigen dass es ein Ziel in unserem Leben gibt für uns persönlich aber auch für diese ganze Welt lasst uns damit beschäftigen lasst uns vorbereitet sein und wenn wir können andere warnen zurück zu Sprüche die Folge der Demut und der Furcht des Herrn ist Armut Schande und Tod steht da nicht ne steht da nicht ist es aber nicht so ist nicht der demütige der gottesfürchtige in dieser Welt der Dumme ganz kurz schaut ans Kreuz es ist so tatsächlich Jesus war von Herzen demütig niemand anders hat Gott so gefürchtet geehrt Ehrfurcht vor Gott gehabt wie er was war das was er davon hatte Armut Schande und Tod demütig Vers den kannst du nur verstehen richtig verstehen von der Auferstehung her ja in dieser Welt bedeutet Demut und Gottes Furcht nicht dass du mit in dem reichen das Wohlstandsevangelium ist eine Lüge du fährst nicht mit deinem dicken Wagen durch die Gegend und lässt es dir gut gehen schwimmst in deinem Swimmingpool mit deinem Cocktail in der Hand nein derjenige der demütig ist und Gott fürchtet der folgt Jesus seinem König nach und das bedeutet in dieser Welt Armut Schande Tod aber es bedeutet in Ewigkeit Reichtum Ehre und Leben und das sehen wir in Jesus er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben der über alle Namen ist er hat ihn zu seiner Rechten gesetzt er hat unvergängliches Leben er ist der Herr über alles ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden Reichtum Ehre und Leben Jesus in seiner Auferstehung lasst uns diesem Jesus folgen in Demut und Gottes Furcht und selbst da wo wir es in dieser Welt nicht erleben dass wir davon Ehre und Reichtum und Leben haben so werden wir es in Ewigkeit haben Dornen Dornen und Schlingen sind auf dem Weg des Verschlagenen wer sein Leben bewahren will hält sich fern von ihnen ja diese Schlingen sind da der Teufel legt diese Schlingen aus und auf diesen verkehrten Wegen wenn wir abweichen von den Wegen Gottes da liegen diese Schlingen aus und wenn wir nicht aufpassen werden wir darin gefangen und in 2. Timotheus 2 wird uns gesagt dass solche Menschen mittendrin in der Gemeinde sind die sich haben fangen lassen in den Schlingen des Teufels und jetzt den Willen des Teufels tun eine krasse Aussage müsst ihr mal lesen in 2. Timotheus 2 am Ende des Kapitels Petrus sagt der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe durch die Gemeinde und sucht wen er verschlingen kann dem sollen wir im Glauben widerstehen gemeinsam Widerstand leisten gegen die Angriffe des Widersachers er möchte sich Menschen suchen in der Gemeinde die Probleme bereiten die entmutigen die Unruhe stiften Zwiespalt Parteiungen er möchte uns gerne dafür gewinnen und dafür legt er seine Fallstricke aus und in die trittst du hinein wenn du abweichst wenn du auf diese verkehrten Wege kommst auf diese verdrehten Wege halte dich fern davon bleib auf dem geraden Weg Gottes dass du nicht gefangen wirst vom Teufel und dann am Ende Werkzeug des Teufels bist in der Ungerechtigkeit nein wir sollen uns Gott zur Verfügung stellen als Werkzeuge der Gerechtigkeit er hat uns doch frei gemacht lass uns doch nicht wieder fangen lassen wir wollen frei bleiben deswegen halten wir uns Jesus wir danken dir für ja das was du für uns getan hast und ich bete Herr dass jeder der hier ist oder von zu Hause aus zuschaut und sein Leben noch nicht vorbereitet hat auf das Gericht Gottes was kommen wird ich bete dass du denjenigen an dein Herz ziehst und ihm vor Augen führst dass dieser Tag kommt aber dass auch du Rettung und Heil für jeden Menschen hast Zuversicht Glauben Hoffnung geistlichen Reichtum ewigen Reichtum Jesus wir beten dass du uns das auch selbst die wir gerettet sind vor Augen führst wie gesegnet wir sind und dass wir uns inspirieren lassen zur Liebe zum nächsten Herr dass wir nicht nach weltlichen Maßstäben richten und urteilen sondern nach deinen Maßstäben Herr reinige du uns von falschem Denken und stärke uns durch dein Wort und durch deinen Geist in der Liebe zu wandeln Amen